Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr gestartet mit einer Vision das Ideenreich und wir wollen euch mitnehmen und auf einen Weg, um zu zeigen, was alles schon entstanden ist. Wir haben hier die Tafeln Ideenreich gedrückt vom Paint Styling, das ihr auch alle seht, wo wir zuhause sind. Kommt mit! Wir dürfen die Untermieter sein bei Thomas, Firma Altrimenti. Es ist unglaublich schön, wir bleiben im gleichen Haus zu sein, danke Thomas. Dann haben wir hier Treppensponsoren gedrückt von der Kustendruckerei. Danke bei der Druckerei und danke all diesen grosszügigen Sponsoren. So macht das Treppenlaufen Spass. Gestartet haben wir ja mit einem Crowdfunding, dort hat uns die Firma Solifilm unterstützt. Danke Firma Solifilm! Und dass wir die Schuhe gut deponieren können, haben uns die Dritte hier ein schönes Gestelle organisiert. Vielen Dank hier bei Angie für diese wunderschöne Witzüberschriftung! Und wer hat schon eine goldene Türe? Danke Melanie von der Dekofactory! Schauen wir mal, wer zuhause ist. Hallo zusammen! Wir haben wunderbare Vorhänge bekommen, und zwar von der Schäuberg-Rundgestaltung. Danke für die Entgegenkommen von Preis! Und dann haben wir wunderbare Tische bekommen, danke Petra! Und wir haben natürlich Akustik vor, danke Niki für das Sponsoren, danke Clara für das kürze und perfekte Anfassen. Und herzlichen Dank auch für unsere Leinwand, ihr seht, unser Vision Board mit schon ganz vielen Sachen drin. Wir danken an Rees fürs Liegen, super! Herzlichen herzlichen Dank! Wir haben wunderschöne Trockenpläne von Sandra, der Störfloristin. Wir danken ganz, ganz herzlich Bruna für die Steuer- und die Lichtanlage. Sie ist leider nicht mehr unter uns, darum ganz, ganz herzlich herzlichen Dank Bruna. Die Spirit lebt weiter da mit ihr. Dann herzlichen Dank in Peter Kronenberger, er hat uns die ganzen Leichte drauf montiert, damit wir überhaupt noch etwas gesendet da rein. Und wir danken auch Sandra Blättler vom Unterwaldner für unsere Werbung, die auch etwas gut. Und vielen lieben Dank ihr Christina für diesen wunderschönen Kunstwerk gehört. Und Niki für den coolsten Kühlschall von Neidwalden. Und herzlichen herzlichen Dank, natürlich auch Sonja für unsere wunderbare grüne Farbe hier anzubringen. Grün ist die Orange, die Wien wirklich schön. Herzlichen Dank für Lube, auch für das alte Möbel. Wer es sonst gut gemacht wurde, jetzt sind wir noch 7.15. Und danke, Petra anzubauen für die Kabelmaschine macht der beste Kaffee im Kanton. Und da unten. Du, äh, dann haben wir eigentlich gar nichts. Okay, vielen Dank für deine Idee. Genau. Und auch in der Küche ist das super. Danke Theo, Merci für das Sponsoren von all dem Gier. Uuhuuu. Simon, Bill und Don, danke vielmals für die Möbel. Mit dem werden wir ganz viele coole Sachen projizieren können. Dann bedanken wir uns natürlich ganz herzlich auch bei euch, die uns geholfen haben mit dem Crowdfunding, mit der Zeit an den Besuchern, die unsere Anlässe gesucht haben. Und uns als Vorstand. Und wer da leider noch fällt, ist die Scheidina. Aber wir sind die Zwüften jetzt da unterwegs. Genau. Und es fängt so miteinander unterwegs. Ja, und wie ihr seht, wir sind mit so viel Herzlichkeit und Dankbarkeit unterwegs. Und wir sind sehr gespannt, was in dem Jahr alles entstanden darf. Es ist im Moment nicht so einfach, da sind wir ehrlich. Und der Gongschlag, ich glaube es ist Zeit, um fertig zu machen. Danke, danke, danke. Bis bald, bis bald. Tschüss.